so hier geht es weiter in den horror hotel ganz kleine gegen ganz dreckige teppich ganz muss ich das stinkt total ob jemand auf die teppich gepinkelt hätte das ist unglaublich wenn sie mal ob jemand hier gekotzt hätte genauso stinkt hier das ist unglaublich das kann man nicht mal empfehlen das ist echt ein albtraum hier sie übernachten also dieses hotel ist niemals zu empfehlen das ist sehr zentral aber sehr dreckig sehr muss ich einfach unter die gute linie irgendwie hier die übernachtung das ist keine freude das ist eine zumut und hier sie übernachten